Der Norweger Jon Vosse bekommt den diesjährigen Nobelpreis für Literatur. Die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften teilte am Donnerstag in Stockholm mit. Der Schriftsteller und Dramatiker werde für seine innovativen Theaterstücke und Prosa ausgezeichnet, die dem Unsagbaren die Stimme geben. Vosse selbst sagte in einer ersten Stellungnahme, er sei überwältigt und etwas verängstigt. Ich sehe dies als eine Auszeichnung für die Literatur, die in erster Linie Literatur sein will, ohne andere Erwägungen. So Vosse. Auf Deutsch erschienen von ihm unter anderem Melancholie und der andere Name. Für sein Prosawerk Trilogie bekam er 2015 den Literaturpreis des Nordischen Rates verliehen, den renommiertesten Literaturpreis Skandinaviens. Sein umfangreiches Werk, das eine Vielzahl von Genres abdeckt, umfasst etwa 40 Theaterstücke und eine Fülle von Romanen, Gedichtbänden, Essays, Kinderbüchern und Übersetzungen. Vosse verbindet die Verwurzelung in der Sprache und Natur seiner norwegischen Herkunft mit künstlerischen Techniken im Gefolge der Moderne. Samuel Beckett, Thomas Bernhard und Georg Trackel sind einige seiner Wahlverwandtschaften. Vosse ist der vierte norwegische Literaturnobelpreisträger und der erste seit 1928. Der Nobelpreis für Literatur wird seit 1901 vergeben und ist in diesem Jahr mit elf Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet rund 950.000 Euro dotiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017